Hellol, ich seh'n, jetzt kommt er. Jetzt kommt er, ja? Mhm, ja, 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 ja. Ja, er schießt. Ich hab keinen Winkel, ich hab keinen Winkel. Scheiße. Ja, doch, jetzt. Nice, Digga! Ach, wirOOD! Doch, du Schmacken, komm! Geschmacken,etes War Ja, Mann, da kommt ein Jet Da kommt ein Jet, ja, hinter dir. Ah, da ist der, da ist der, da ist der! Ok, cool. Jetzt wird er stehen Er will, wo ist er? Der kommt von straight oben Der kommt von oben Ja Ja, ich hab verkackt Aussteigen! Nee. Hä? Ist der dumm? Ja, der... Nee, der kommt jetzt auf mich zu. Okay, warte, dann gebe ich dir. Nee, der kommt auf dich zu. Keine Ahnung, was er macht, der fliegt voll weit oben. Scheiße. Ah, ich kann den rein da unten gehen. Ich kann den analysieren, er kommt von oben, aber ich hab ihn im Raketen. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Okay. Nee. Ja, der hat geschwitzt, weil ich hab ihn irgendwie sechsmal oder so von seinem Dubai geholt. Der ist sauer. Jetzt fliegt er weg wieder. Was ist denn mit dem? Was? Oh, ich glaube ich hab ihn einmal erwischt. Gott, ihr kommt auf mich wieder. Nee, ich hab ihn nicht erwischt. Wechsel, wechsel, wechsel. Komm, 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 komm. Ja, hab ihn. Nein, Gebäude. Warum? Ja, er hat abgesprungen. Echt? Ja, weil ich ihn erwischt hab mit der Rakete. Hehe. Mal gucken, ob ich ihn rasieren kann. Hä? Oh doch, hat er. Aber ich hab ihn. Der Murk. Das würde ich ihm gern mit Bomben holen. Oh, er ist direkt passiv. Mann. Der Arme. Welches Level hatten der? 371. Ja, Moin. Ja, er ist oben auf dem Dach drauf. Ja, ich seh ihn dann, ja. Tschüss. Oh. Wir haben nicht gesessen. Nein. Nein. Nein! Was? Aus der Höhe! Halt's Maul! Nein! Das kann ja jetzt nicht sein, Alter. Ich war bestimmt ein Kilometer über dem Mace Bank Tower. Wir waren halt echt doch übel. Was? Was? Scheiße! Nein! Oh, kacke! Alter, ja und jetzt? Scheiße, Mann. Nein! Oh, mein richtiger Fail. Alter, was denn das für ein Scheiß, Mann. Da machst du Düppel an, dann bist du hier drin, ey. Wow. Okay, warte, wir gehen aufs Dach. Ich hol bei den so. Okay, dann nochmal. Ja, riesig, blitzbar. Oh, er ist schon da unten. Er ist auf dem anderen Gebäude, doch. Ja, ich weiß. Deswegen. Ja! Nein, willst du weg? Nein! Ich hatte ihn! Hattest du hin? Oh, kacke! Zu weit weg, zu weit weg, kacke. Oh, so eine Explosive-Schmuchtel. Ah, ja, mal bitte, was war denn das auch für ein Scheißdreck? Kann der jetzt mal die Güte besitzen zu sterben? Meine Güte! Was war denn das für eine Rakete? Egal, wir bekämpfen den noch ein bisschen. Äh, bis er komplett ausrastet. Ja, aber ich muss den, ich muss den wechseln, den Heli. Boah, Alter, ich hab'n... Okay, gut, dass du ihn erwischt hast, weil ich hab' grad'n Ausfall gehabt. Ja. Aber ich muss mal eben MC und hol' mir einen neuen. Ich weiß nicht, aber mit einer Bombe krieg' ich den jetzt nicht mehr, wenn er da drunter ist. Ja, genau unter der Lobby. Bisschen runter, bisschen runter, bisschen runter. Gut, 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 gut. Tschüss. Ja, doch. Oh, ja, perfekte Lobby. Oh, perfekte Lobby! Yes! Level 725, 858er und alle auf dem Bike. Oh, geil! Oh, das ist... Besser geht's grad'n nicht. Du musst hier rein. Hast du Düppel auf deinem? Mmmmm... Ich glaub' ja. Okay. Du musst auf jeden Fall reinmachen. Eins? Ah, okay. Aber mehrere wird, glaub' ich, auch schwer. Obwohl... Ne, man muss ja einfach nur über beiden bleiben. Das ist ein ganzes CEO. Äh, MC. Ne, ist ein CEO. Ich guck' mal, was das für ganz Männer sind. Bitte, Deutsch, bitte, Deutsch, bitte. Bitte, Deutsch. Ist doch schon oft der Fall, ne? Die meisten Abfucker sind entweder Deutsch oder Französisch. Englisch. Englisch sind die, so wie's aussieht. Oh, ja, die fucken auch die Lobby ab, so wie's aussieht, oder? Greifen die denn jetzt an? Der fliegt... Die fliegen beide einem CEO hinterher, ne? Aber die verarschen den, glaub' ich nur. Oder die wollen den halt ein bisschen triggern. Oh mein Gott, die Namen schon und das Level... Oh. Mhm, mhm, mhm. Das wird jetzt geschwitze. Huch. Das wird jetzt lustig, ja. Nein, nein, der D-Plus ist in dem Jet. Darum geht's. Hammer. Das wird scheiße. Egal, ich flieg' mal weiter hoch. Den Jet können wir aber auch holen. Ja, soll ich geistsam machen, oder was? Ja. Lass den angriffen. Lass mich an noch. Mhm. Nee, muss ich gar nicht. Na, stimmt. Muss ich. Wo fliegt denn der hin? Aber der ist von mal da verschoben. Die haben alle auch Ghosts. Die haben auch Ghosts. Scheiße. Okay. Das wird jetzt scheiße. Das wird jetzt richtig mies. Siehst du ihn? Nein. Den tue ich ihm jetzt nicht. Wir haben noch eine Minute. Das ist grad richtig Adrenalin irgendwie. Das ist so wie geht. Ich hasse dieses Jet-Geräusch, was so in den Hintergrund-Sounds drin ist, weißt du? Wegen Story-Modus. Mit den Jumbo-Jets. Die Sounds sind noch da, aber die fliegen ja nicht. Mh. So, jetzt sind wir sichtbar. Jetzt musste der kommen. Mh. Da vorne. Wir sind wieder sichtbar. Wobei der eine hat schon wieder Ghosts gemacht. Der Jet. Ja. Vom Radar verschwunden. Dann kommt er gleich von unten. Ja. Ja. Die sind aber alle jetzt auf uns. Auf die Map. Mh. Scheiße. Das heißt der Jet sucht uns. Ja. Ist er das, wo ich höre? Ich höre auch was, aber... Ich sehe ihn. Ja, unter uns. Unter uns ist er. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Jetzt kommt er hoch. Er kommt hoch. Er kommt hoch. Ne, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Loll. Ach ja, ich sehe schon. Auf der Map, auf der Map, auf der Map. Unter uns noch. Aber ich sehe ihn nicht. Genau unter uns. Ich sehe ihn. Ich gehe ein bisschen tiefer, ne? Mh. Ich gehe ein bisschen tiefer, ne? Ja. Aber nicht zu tief. Wir haben ein Helikopterlocher als Gesellschaft. Und zwei Dreckspikes. Mh. Hallo. Ich sehe ihn. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er, ja? Mh. 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 Ja, er schießt. Ich hab keinen Winkel. Ich hab keinen Winkel. Scheiße. Doch. Jetzt. Nice, Digga! Hahaha. Sehr schön. So, jetzt geht's weiter. Erster Schuss hat gesessen. Das war sexy, Mann. Das war richtig sexy, Alter. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Bikes jetzt nicht auf unserer Ebene kommen. Mh. Mh. Oh, absolut schön, Tank. Ja, Mann. Und das Spiel verlassen. Natürlich. Direkt die Ehre genommen. Hahaha. Tschüss. Der hat keinen Bock mehr. Alter. Der erste Schuss hat gesessen, der war tot. Geil. Ja. Aber ich glaub, ich hab eher Respekt vor dem Mootbike gerade. Ich seh das ja nicht nicht. Ich seh's aber auch nicht. Ja, ich seh's, ich seh's. Er ist bei uns. Siehst du's? Ja, ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Er leckt bei mir. Ich seh' ihn normal. Ich seh' ihn normal. Ah, doch. Oha, der leckt. Der leckt. Bei mir schießt du übel weit nach oben. Oh fuck, ja. Der ist auch auf unserer Höhe. Okay. Bei mir leckt er übel. Kein Visier auf ich, bei mir auch. Kein Ding mehr wie ein Ziel. Da jetzt. Scheiße. Alter, ich seh' die Schüsse. Junge, da ist der. Der leckt komplett. Der leckt komplett, Junge. Hat uns schon erwischt? Ja, einmal. Weil ich, ich seh', ich kann keine Ahnung, Alter. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Bei mir auf der Map ist der vor mir. Ach, krank, Alter. Der leckt unnormal. Ich seh' ihn noch halbwegs normal. Ja, wir müssen raus. Oh, was ist denn das für ein Mist, Alter. Nur weil die Kacke dann so rumleckt, Alter. Das gibt's doch nicht. Ich hätte ihn locker erwischen können, aber keine Chance. Mhm. Nein! Oh, lol. Ist das die Plus? Ja. Lol. Da hat doch wieder Bock. Hä, das ist doch nicht die Plus. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Da war einer von denen ja auch noch. Der ist dumm. Den kannst du mit deinem RBG holen. Okay. Das liegt straight auf dich zu. Ich hab' ihn. Ja. Siegst du. Hahaha. Und tschüss. Einen hab' ich. Oh, da ist der andere. Hier kriegst du ein Raketchen. Bombenmöhrchen. Bombenmöhrchen. Ah, ich will Tchernow aufbauen. Die Fakze ist bestimmt so unheimlich schön ab. Tchernowaschen. Ich fahr' dir mal zum Gebäude und dann hol' ich einen Cargo-Buck. Halt du mal die am... Halt sie mal warm. Jo. Dann nur noch Helicopter rein. Ja. Er hat BST. Ja, safe mit dem BST. Und da kommt ein... AC-Bandito. Ja, ist ja nur, wenn du den rolltest. Ist wirklich nur der... Motor der E-Motor. Aber die Dinger sind dann echt auch sehr cool. Nur ohne zu viel. Ich hab' ihn. Hä? Wow. Der hat's nicht geschafft, den AC-Bandito richtig zu zünden, der Idiot. So, jetzt buzzert. Ich mach' jetzt erstmal Dinge ins Buzzert. Einen hab' ich. Oh, da kommt das Noob-Bike von hinten. Ja. Ja, 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 ja. Okay, halt sie mal da. Cerno Box ist gleich aufgebaut, dann kriegen sie von da. So. Richtig schön Bits. Nex. Terno, jetzt mach' keinen Stress. Ja, mach' Stress. Nein, mach' den nicht gut. Äh, lol. Ich hab' den noch mit dem Alien Blaster von dem Ding runtergehauen. Ja, ja. Ja. Das verstört gleich meinen Cargo-Bob in der Luft. Alter. Ich will. Was ist denn jetzt los, Mann? Streng' nicht mal an, Junge. Willst' doch auch Kills machen, Junge. Hey, hey! Mach' den Sie diesen! Ach, komm, leck' mich doch. Ich stell' den jetzt hier oben hin. Oh, der eine schießt mit Brandmunition. Natürlich. Ah, wie ist es? Nein! Jetzt ist das genau da oben festgegangen. Nein, Alter, das gibt's doch nicht. Hallo. Was bleibt denn mal da oben hängen? Oh, jetzt hat er mich. Der erste schöne Kill von ihm. Aber er hat die gleiche Strategie wie ich. Zweimal ist das blöde, ist die blöde Sticky Bomb da oben hängen geblieben, ey. Oh, ich kann dem hier nicht vertrauen, der hier steht. Ich hab' ihn... Ach, diese blöden Cops, Mann. Verpisst euch doch. You're a pussy. Ja, ja, okay. Weil ich euch platt mache, oder was? Alleine, hä? Ja. Oh! Ja? Ja, spawnen die auf einmal beide direkt neben mir. Huch. Mein Geschenk Gottes. Hey, lol, wieso killt denn der sich jetzt? Er hat angefressen. Oh, und der von hinten wieder mit seiner... ...Brandmunition. So, dass ich in Reichweite bin. Wegen dem D-Plus bin ich jetzt schon gerne mal gespannt, was der auffährt. Auch fahren wir eben zu. Irgend... Ah, lol, der wurde umgefahren vom NPC. Der muss sich jetzt ärgern. Der wurde vom NPC umgefahren und ich hab' ihn einfach kaputt geschossen. Oh, der Scheiße! Hä? Das ist echt so. Hä? Wow, jetzt geht der Zaun nicht mehr ab. Wie ist die immer wieder? Nein! Ich dachte... Oh! Jetzt konnte ich mich nicht rollen. Oh, ich glaub' ich weiß. Der will mich angreifen gerade. Hä? Irgendwas knallt mich hier ab. Ach, da oben. Hey, wieso kann ich den nicht killen da oben? Weil der wieder die beste Leitung der Welt hat, oder? Ach, guck mal. Alter, nach 100 Jahren hab' ich den endlich mal geholt, ey. Na, jetzt glaub' ich Biesti, dann mit der direkt umkippt. Da. Komm, das war ein One-Shot. Ich wollt grad' sagen, ey. Was mit dem Gelben? Der macht gar nix. Wahrscheinlich auch noch ein Low-Level jetzt. Hä? Hä? Das war auch ein One-Shot. Ey. Beste Lobby, ey. Wo ist der? Und jetzt kommt er mit dem Loot-Biker an. Na, komm! Ach, schade. Ich dachte, er fliegt direkt auf mich zu. Hä? Oh, jetzt kommt er im God-Mode Dingens hier. Wow. Ja, war ziemlich geil, oder? Ich laufe einfach auf die andere Seite. Und wieder. Nein. Wie der gedacht hat, dass er mich jetzt geiern kann. Das ist so geil, oder? Ja, du bist ein ganz toller Jet-Flieger bist du. Ich war gerade bei Thunderlord in der Lobby, Lu. Echt? Wegen Akula. Mord durch Jens-Eip, bis er gerade kriegt. Sonst würde das ja nicht schreiben. Account-Namen? Ja, wahrscheinlich wegen Sie, oder? Oder wegen Namen. Oder den Account kennt er so doch keiner, oder? Ja, doch, klar, kennt er den. Also, der Account ist bekannt. Ich habe ja letztes Video ja auch hochgeladen. Das ist auch kein Problem, soweit. Vom Radar verschwunden, natürlich. Ich hätte B11 nehmen sollen. Ich trigger ihn trotzdem mal her. Hier geht es einfach mal ganz hoch. Guck mal, ob er kommt. Ja, da ist er. Erwischt habe ich ihn schon mal. Er hat einen God-Mode-Laser. Das war wahrscheinlich, dass er bis aus der Lobby, dass er sich den God-Mode nennt. Oh Gott, is this name. Ich treffe ihn die ganze Zeit schon. Er hat einfach einen God-Mode-Laser. Wow. Richtig krasse Spieler, wo man da trifft. Das ist halt Skill, weißt du? Ja, auf ganzer Linie. Das ist lächerlich. Ja, das bringt gar nichts, gegen den zu kämpfen dann. Ist das traurig. Weißt du, wenn die Spieler einfach nichts drauf haben, dann kommen God-Mode-Laser. Oder God-Mode-Speedo. Das ist das einzige, wo die uns gerade mit kontern. Mit God-Mode. Oder kompletten Loop-Rike-Overspam. Was anders geht nicht. Aber da wird ja leider nichts mehr gepatcht. Weil... Rockstar. Hauptsache, Mann, die Glitch ist weg. Hauptsache. Hauptsache, es Geld kommt. Ich hab geschrieben, dass sie nur was machen können. Wenn die God-Mode benutzen, schreibt er, ja, du bist zu gut. Er hat geschrieben, yep, you're too good. Wow. Das hab ich doch. Oh, die sind jetzt friendly. Wie? Der hat das ernst gemeint. Das war kein Sarkasmus. Der hat wirklich... Der hat das ernst gemeint, dass... Also, dass ich zu gut bin. Und dann... Jetzt hat er auch geschrieben, dass er das normalerweise nicht macht und so. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020